Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin hat unsere Order leider nicht abgeholt. Ich verstehe es immer noch nicht. Aber gut, wir werden uns das jetzt auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Wir traden momentan bei ungefähr 28.000 US-Dollar. Wir haben gestern noch einen leichten Dump gesehen nach unten, der war aber vorprogrammiert. Das haben wir gestern im Livestream schon mal drüber gesprochen oder auch gestern früh im Update. Und jetzt hat sich der Kurs heute Nacht mal kurzzeitig bis 28.400 US-Dollar erholt. Gut, ist möglicherweise 30k noch im Raum oder sehen wir möglicherweise wirklich einen tieferen Dump in Richtung 25.000, 24.000 US-Dollar. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Doch ihr wisst es Leute, bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinkommen. Dort kriegt ihr dann immer die aktuellsten Setups oder auch Signale, so wie gestern das hier, wo eben leider minimal nicht abgeholt wurde. Schauen wir uns das aber auf jeden Fall jetzt gleich im Video an. Gut, damit würde ich sagen, starten wir direkt rein. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 28.000 US-Dollar. Wir hatten eben gestern diesen Abverkauf nochmal bis runter auf 27.690 US-Dollar. Unsere Order, um das nochmal ganz kurz zu zeigen, war bei 27.660. Es ist momentan einfach wie verhext. Muss man ganz ehrlicherweise so sagen. Jedes Setup oder sehr, sehr viele Setups, die ich im Kopf habe, ich habe es ja auch gestern im Livestream ein bisschen ausführlicher erläutert nochmal, werden teilweise um ein paar Dollar nicht abgeholt. Und weiß nicht, ob es an mir liegt, ob die Setups einfach teilweise ein bisschen zu eng gesetzt sind. Natürlich, wenn wir hier versuchen, immer den perfekten Entry reinzukriegen, klappt momentan nicht so, wie ich mir das vorstelle. Deswegen wurde diese Order nicht abgeholt. Und ich habe es jetzt gerade nochmal dazu geschrieben, die Order ist jetzt auch erst einmal für mich hinfällig. Ich habe gestern Abend noch gehofft, weil ich ja nochmal einen Text dazu geschrieben habe, dass die Order erstmal noch drin bleibt, weil ich immer noch die Hoffnung habe, okay, wir gehen nochmal runter, einfach aufgrund der Liquidität, da zoomen wir mal ganz ein bisschen ran, aufgrund der Liquidität, die einfach hier unten in diesem Abverkaufslevel einfach noch drin war, nochmal eine 1 Stunde Bullish Divergence oder sowas abbilden, ist leider nicht mehr so gekommen. Wir sind wieder leicht gestiegen, haben uns eine Erholung gesucht und das war es dann aber auch. So, jetzt aber zum jetzigen Plan, wir sind noch nicht wirklich wieder Bullish unterwegs. Also der Abverkauf hat seinen Grund gehabt, natürlich, RSI ein bisschen überhitzt, wir haben hier oben gestern nochmal dieses höhere Hoch reingekriegt, Abverkauf und hier oben liegt auch die Liquidität. So, wenn wir jetzt aber hier ein bisschen reinzoomen und uns einfach mal dieses Hoch hier angucken, bei den 28.280 sehen wir sofort auf den ersten Blick, wir wurden hier rejected, wir haben kein höheres Hoch gebildet. Das heißt, die bullische Struktur ist jetzt für mich erst einmal ein bisschen gebrochen. Wir können das erstmal noch ein bisschen gegentesten, so auch mit einem FIP-Level von dem Abverkauf. Sind wir noch nicht ans 0,5er gekommen oder ans Golden Pocket, das wäre jetzt gegebenenfalls nochmal der nächste Step, dass wir hier gegebenenfalls nochmal Richtung 28.6 hochkommen. Wäre auch so ziemlich der zweite Take-Profit dann gewesen, aber wie gesagt, nicht nachtrauern. Neue Setups werden auf jeden Fall kommen, die dann hoffentlich auch abgeholt werden. 30 Dollar kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen, aber gut. Ja, erst einmal nicht wirklich eine bullische Struktur, wir haben eben dieses Hoch hier nicht rausgenommen. Liquidität ist hier auf jeden Fall noch vorhanden. Die Chance, die ich jetzt möglicherweise noch sehe, dass sich der Kurs heute, heute laufen eine Menge Optionen aus. Wir haben Ende März, wir haben auch noch einen Freitag. Also es kommt ziemlich viel zusammen. Ich erwarte heute schon noch ein bisschen mehr Volatilität, vielleicht auch erst gegen Abend oder Nachmittag, wenn die USA dann ein bisschen dazustoßen. Also man muss heute ein bisschen vorsichtig sein. Ich würde jetzt erstmal ein bisschen abwarten. Sollten wir uns hier unten doch nochmal in diesem Bereich festsetzen und doch noch eine Bullish Divergence ausarbeiten, kann ich mir vorstellen, dass wir vielleicht doch dieses Setup wieder gültig machen. ist jetzt aber momentan nicht das Primärszenario. Ich gehe aber grundsätzlich davon aus, dass wir nochmal eben die Liquidität, die hier oben bei den 29.200 US-Ton liegt, uns nochmal holen, weil für mich da zu viel Liquidität oder zu viel Short-Liquidität in den Markt gekommen ist. Es war zu offensichtlich, teilweise, dass hier oben dann Short-Liquidität reinkommt. Wir haben immer so den Bereich 29.200, 29.300 im Auge gehabt. Aber so viel Pumpvolumen und Abverkaufsvolumen, wie da reinkam, da oben liegen eine Menge Stop-Losses. Weshalb auch die Long hier unten dann eher längerfristig gedacht wäre, dass wir hier noch die 30.000 US-Dollar sehen. Auch vom FIP-Level sehen wir, okay, die 30.000, 30.200 US-Dollar, wo das 1.618 da liegt, ist nicht unwahrscheinlich. Das heißt, ich bleibe weiterhin so ein bisschen bei der Meinung, wir sehen noch die 30.000 US-Dollar möglicherweise, solange wir hier nicht nachhaltig unter diesem Bereich um 27.400 US-Dollar brechen. Weil dann die Struktur an sich mit einem tieferen Tief gebrochen wäre. Und dann gehe ich ganz ehrlich davon aus, dass wir Richtung 24.000, 25.000 US-Dollar reingehen. Ich habe es gestern im Livestream schon mal ein bisschen ausführlicher erläutert. Wir haben, ich zeige euch das mal ganz kurz mit den Vector-Candles auf dem Daily-Timefilm, wir haben hier unten einige Vector-Candles. Wir haben einerseits hier diesen Bereich um 25.200 US-Dollar, den ich schon seit ein, zwei Wochen immer mal wieder angesprochen habe, den ich mir gerne fischen würde. Dann dieses Key-Level, diese Resistance hier, die wir vorher hatten, würde ich mir gerne als Support holen. Heißt aber nicht, dass noch Kurse bis 24.000 US-Dollar nicht möglich sind. Das heißt, das Setup, was ich hier schon momentan im Kopf habe, zwischen 25.200 und 24k, wird irgendwo diese Order sein. Jetzt sagen viele aber natürlich, okay, wir haben hier unten noch diesen riesigen Vector bis ungefähr 20.000 US-Dollar, würde aber die komplette Struktur in den Eimer führen, sage ich jetzt einfach mal so. Weil wir haben zwar noch das FIP-Level, das ziehen wir auch mal ganz kurz, um euch das nochmal zu verdeutlichen. Wenn wir das hier von unserem Abverkauf bis zu unserem Top legen, seht ihr, okay, 23.000 US-Dollar würde das FIP-Level liegen. Das wäre momentan mein Worst-Case-Szenario, weil wenn dieses bricht, ist die ganze Struktur gefährdet und wir können vergessen, dass wir hier noch irgendwie die 30.000 in, ja, ich sage jetzt mal kurzfristiger Form dann erst einmal sehen. Wir haben jetzt, wie gesagt, den ersten impulsiven Pump gehabt, Zwischenkorrektur, dann eben diesen zweiten. Sollten wir jetzt dann nochmal hier runterkommen in diesem Bereich, wäre es nicht gut, wenn wir einfach dieses Tief hier nochmal unterbieten, weil dann auch schon mal so ein bisschen die Struktur gefährdet wäre. Ist noch nicht dramatisch, aber trotzdem. Und dann eben mit einer impulsiven letzten Welle nach oben zwischen, ich sage jetzt mal, 30 und 40k sind dann noch drinnen. Es heißt, dieser Vektor auf dem Daily muss nicht gefüllt werden, auch nicht auf dem Weekly-Time-Film, weil wir uns den gestern angeguckt haben. Es gibt genug Beispiele aus der Vergangenheit, wo eben dieser Vektor nicht geholt wurde. Das nochmal nur so ein bisschen zu planen. Also momentan ist alles noch in Gange. Wir haben weiterhin diese Seitwärts-Akkumulationsphase, wir haben diesen großen WIG. Das heißt, ich gehe weiterhin zwischen 29, 33 und 30. Sind noch kurzfristig möglich, deswegen auch gestern die Long. Weil ich immer noch hoffe, dass wir uns diese Level holen. Vielleicht werden wir auch nochmal ein bisschen später einsteigen. Ich meine, so weit von unserem Entry sind wir nicht weg. Trotzdem in den nächsten Stunden oder zumindest bis die USA reinkommen, würde ich hier einfach noch ein bisschen abwarten, bevor wir hier irgendwie überstürzt in irgendwelche Trades reingehen. So viel jetzt erstmal dazu. Also ein großes Sorry von meiner Seite nochmal. 30 Dollar wurzelnig abgeholt. Was will man machen? Gut, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es denn da aus? Auch hier hat sich das noch nicht bewahrheitet, dass wir nochmal über diese Zone kommen. Wir befinden uns auch hier in einer übergeordneten Seitwärtsphase. Also auch hier müssen wir uns erstmal keine Hoffnung machen, dass jetzt hier ein riesen Abverkauf kommt oder ein riesiger Pump. Wir müssen dieses Hoch hier oben rausnehmen. Einerseits hier dieses Level bei 1840. Brechen wir dieses, dann aber mit Bestätigung auf dem 4-Stunden-Timefilm höheres Hoch. Dann nochmal die Bestätigung. Dann sieht das Bullish aus. Ansonsten Liquidity Hunting und dann Abfahrt. Weil auch gestern jemand in die Telegram-Grube gefragt hat, ah, sehen wir nochmal die 1500 US-Dollar. Ich habe dazu gesagt, gestern 1600 US-Dollar ist momentan erstmal so mein Worst Case. Dazu bleibe ich auch erstmal, beziehungsweise muss ich das minimal anpassen, so 1550. Hat natürlich auch damit zu tun, ihr seht diese gelbe Downtrend-Linie, die verläuft natürlich umso länger wir seitwärts laufen, desto tiefer kann es natürlich auch gehen. Wenn wir uns das Prozentuale jetzt mal ein bisschen angucken, ich sage jetzt mal vom Top hier oben aus bis runter, wäre es eine 15% Korrektur. Das ist auch bei Bitcoin weiterhin im Raum, 15 bis 20%. Also zu 100% ausschließen, 1500 US-Dollar kann ich nicht. Wenn dann aber bis 1480, das ist dann eher so dieses Level. Warum? Weil wir auch hier noch ein Void haben. Wir haben auch hier noch Vektoren in diesem Bereich. Würde aber dann wieder sehr, sehr gefährlich werden, weil die Aufwärtsstruktur gefährdet wäre. Wir würden diesen Downtrend wieder unterbieten, wenn es nur ein Wig drunter wäre, okay, dann hätten wir aber auch einen großen Schatten zu bilden. Müssen wir dann gegebenenfalls angucken, aber auch hier, um die ganze Sicherheit nochmal ein bisschen mehr zu ziehen, FIP-Level ziehen. Nach jetzigem Stand seht ihr auch, das Level 1550 US-Dollar, dort liegt das Golden Pocket. Dort liegt auch zufällig gerade der ehemalige Downtrend, den wir hier einfach nochmal bestätigen würden. Also das ist momentan die Range 1550 bis 1600 US-Dollar, was ich mir bei einem Abverkauf sehr, sehr gut noch einmal vorstellen könnte. Aber dafür muss erstmal die Range sprechen. Diese ganze Seitwärtsphase tut mich ganz ehrlich einerseits ein bisschen stutzig machen, weil wir sehr, sehr lange in dieser Akkumulation momentan festsitzen und ich mir vorstellen kann, dass da viele, ich habe es auch woanders gesehen, dass vor allem die Bitfenix Whales momentan ein bisschen die Long-Position schließen. Das kann natürlich auch dazu führen, dass momentan ein bisschen die Long-Positionen geschlossen werden in dieser Akkumulationsphase. Wir noch diesen letzten Schub Richtung 30k kriegen, um die Liquiditätszone einfach nochmal ein bisschen rauszunehmen, dann den Abverkauf Richtung 25k sehen und dann versuchen nachhaltig über 30.000 US-Dollar drüber zu kommen. Wie gesagt, ich habe es oft genug gesagt, die 32.000 US-Dollar, das ist der Ankerpunkt. Da müssen wir nachhaltig drüber kommen. Dann spreche ich hier auch offiziell von einem Bullrun. Vorher muss man hier mit diesen Worten immer noch ein bisschen vorsichtig sein. Gut, dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite erst einmal. Ich würde sagen, wir hören uns dann später wieder zum XRP-Update-Video. Es ist Freitag, XRP-Zeit wie immer. Ja, bis dahin würde ich sagen, hören wir uns später. Like da lassen, Abo da lassen, wer den Kanal noch nicht abonniert hat und natürlich gerne trotzdem in die Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Signale oder Sonstiges. Das war es von mir. Ich wünsche euch einen schönen Start jetzt schon mal ins Wochenende. Genießt es, kommt ein bisschen zur Ruhe. Das war es von mir. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. So, stay crucial.